Gute Idee, aber erst mal looten wir die ganzen Kisten. Wie planen sie, die Tabletten zu nehmen? Da fällt mir gerade ein, fast jede Falle, die ich, äh, war eine Diebesfalle bis jetzt gewesen. Und das erste Mal, dass ich eine Diebesfalle auslese, ist eine ganz andere Falle. Interessant. Sehr interessant. Da hinten ist noch eine Truhe, die ist aber silbricht. Oh, hier ist sogar... Der Speicherpunkt, jawoll! Oh, ich kann mal brennen. Schlag erhöhen. Yay! Auf Level 2 erhöht. FK-Effizienz Level 1. Und wir haben noch schon fast Level 2 von dem Ding erreicht. So, den zittrigen Aal hier auch noch einsetzen. Und dann haben wir hier auch ein Elektroschlag Level 2. Wunderbar. Und was hast du noch so schönes? Was? Was ist alles? Was ist alles? Und ich will mir mal die Kampfrekorder ansehen. Und hier haben wir ja die zwei Bart... äh, lalala... Beutedinger. Da... Oder in der Nähe... Oder in der Nähe... Warte mal... Wir sind in der Nähe der großen Tafel. Halle der großen Tafel. Oder? Das ist doch gleich da vorne, oder was? Wir haben ja... Weil hier... War die große Tafel. Und... Achtung! Die Bestie, die die Mine verwüstet hat, ist hier gesehen worden. Okay. Gehen wir mal da runter. Um einen auf den Deckel zu bekommen. Also... Ich denke mal, das können wir ruhig mal machen, ne? Äh... Schut, schüppische Füße. Und hier haben wir... Garten durch die Mine stolziert. Halte er zu oben. Das wie Engelsflügel aussieht. Erz? Das wie Engelsflügel aussieht? Nein. Erz. Erz. Nur kein Erz. Das wie Engelsflügel aussieht. Das heißt, wir können sie noch nicht beschwören? Wir können die Bestie echt noch nicht beschwören. Jetzt brauchen wir erstmal Engelsflügel... Stein. Nein. Hm. Don't fall behind, okay? Aha. Und die andere Bestie war hier gesehen worden. Schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Das heißt, wir waren schon mal einer Bestie richtig schön auf der Spur. Oh, wir haben mal weitergelaufen. Das wäre lustig gewesen. So, dann holen wir uns beim Geschäft mal hier 30... Oder ne? Komm, wir kaufen gleich 40. Davon. Wiederbelebungen könnten wir auch mal so 13.000... ... ... ... Wir müssen erst mal die Kiste So, dann wollen wir mal da runter Oh, was schrecklich ist Ist das euer Ernst? Ich ändere meine Waffe und dann kommt ihr Pisser So Nein, nicht die haben noch die zweite Waffe So Das ist der Ende der Du scheinst keinen Gegner zu geben, Brat Aber warum? So, teleportieren wir uns dahin Das Geil ist, der Bestien gehen wir später auf den Grund If you're looking for the lady, she said she was leaving town She didn't leave any message It's better this way Gail and I were nothing but bad luck for her I don't think so Angela Are you just going to let her leave? Hey, Kisala Kisala She must be at the station You might get there in time if you leave now Go on Hurry, Digo Thanks The station Let's hurry Okay Hat die werte Dame die Stadt verlassen von Schaden? Kein Problem Wüstenwind Ah Ah Wie gehen die wenige AP jetzt aus? Those guys were no challenge at all Warum noch genauso hohen Damage wie früher? Da fällt mir ein Warum gehen wir zu Fuß? Nee Kommt Wichert mich ein Ich hab euch schon genug gequält Ich hoffe ich Wir kommen noch nicht wieder in den Kämpfer, oder? Oh Oh Ah Ich hab dich Oh 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 All this running reminds me of military trails. Angela! Deco! I'm sorry, I didn't want to tell you. You know me, I'm just no good at farewells. Don't go, Angela. Stay here. Please. I need you, Angela. You're the only one. Deco. No. Deco. 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 Das war's für heute. Ich bin mir selbst. Bitte verstehe. Willst du mich warten? Bis ich zurück? Jetzt, ich bin kein Mann, der kann dich glücklich machen. Aber da draußen, ich will, um mich zu finden, das kann. Entschuldigung. Ich habe dich zu lange warten. Ich... Ich kann nicht mehr fragen, was du mir gegeben hast. Du glaubst das wirklich? Du bist so verraten. Du wirst genau wissen, was ich werde, nicht? Angela. Aber ich bin so glücklich. Ich habe es so lange warten, dass du zurückkommen bist. Du bist so weit. Ich bin 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 so weit. Wir haben nichts mehr für dich. Scram. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Und so wirst du sein. Du wirst meine Geschichte gut. Du hast das Promete durch mich v энергielles, nur so du kannst mich nutzen. So what? What do you hope to accomplish right now? Don't worry about it. It doesn't matter anymore. You're about to die anyway. Kill it! It's over. It's over. Jaster, what happened to the tablet? We saw it, but they handed it over to Daytron. The ship it's in is just leaving Vidan now. Let's go after it. What? Those Daytron scum. You two, anchors away. Aye, aye. Oh, it's you. You're free now. Get out of here. For what you did to Dad. I see how it is. So the way of the world is blue but bright Brings comfort to the darkest night Every time I close my eyes, it's all I see I get lost inside a timeless reverie And no matter what I do or where I go Why do you stay between the eyes? Diego, I... I couldn't get anything back After all Can you see that, Diego? Diego, it's our star Our... I am haunted by your timeless memory And no matter what I do or where I go Oh, I was still here to leave my way Oh, I was still here to leave my way Mr. Morardi, I just wanted to inform you That we have received the tablet as promised I've placed the 200 million Zen in your bank account As you requested Consider this transaction complete Best wishes to you, boss Boah, I have now really good Gänsehaut Grat Let's open up Go, go Go, go, go